Also das müsste jetzt mindestens zwölf, zwölf sein. Ich guck eben nach. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Fünf vor zwölf. Wat? Fünf vor zwölf. Boah, ich bin so gut. Ich bin, boah, ich bin... Fünf Minuten vor null. Fünf vor null. Fünf vor null? 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 Hä? Hä? Das ist so ein Pixelfehler. Hä? Hä? Waa? Ich hab acht Eisen. Acht? Ja. Ist jetzt ja auch nicht so der Burner. Ja, du hast gar kein Eisen. Ja, das war... Ich brauch so ne Farming-Stampfe. Geil, geiles Holz. Ja, ist aber auch doof irgendwie dann. Mein Verein hat das da geschicken. Diep, 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 diep. Warum ist hier Sand unten, ey? Äh, Erde. Tja, das... Gottes Wege sind unergründlich. Tja, diep, 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 diep Okay. Ich bin nicht froh, wenn ich das Lager fertig hab, ne? Und das auch schon einigermaßen sortiert hab. Das ist wieder die meiste Arbeit. Ich hasse Lager zu sortieren. Ich bin Lagerist, lass mich das machen. Ja, ich arbeite auch im Lager. Aber da fahr ich mit dem Stapler durch die Gegend. Das kann ich hier nicht. Ich auch. Oh. Brauche ich aber schon. Ey, hier findest du gar nichts gescheites, ey. Nur entweder Sand, also Erde oder Erde. Oh, oh. Boah, ich brauche ne Dingshacke. Wofür? Holz. Geht viel schneller. Da oben ist ein, äh, 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 Eisen. Ja, und? Da muss ich gleich mal ran. Ja, gut. Ja. Ich hab jedenfalls Eisen. Ich nicht. Kommt noch. Wo ist denn jetzt mein Dreck hin? Und an das Eisen zu kommen, muss ich erstmal 29 Blöcke Dreck wegmachen. Damit ich erstmal an zwei Eisen komme oder so. Ach, doch, was mehr. Ich seh deinen Namen. Schön. Das freut mich aber außerordentlich. So, also gleich sind hier alle Bäume kaputt. Nicht schlimm. Ich pflanze mal neue. Muss ich erstmal in den Dschungel. Ich brauch sowieso Dschungelholz. Ich glaub, ich mach mal eine Stelle aus Dschungelholz. Hä? Hä? War ich hier schon auf der Höhe? Muss ja schon fast. Oh, hier liegen Äpfel rum. Weil... Wo bin ich denn hier? Hier ist auf jeden Fall... Ach, cool! Ah, die Sonne geht gleich unter. Cool, wie ausgekommen. Ich war hier nämlich schon. Weil da oben hängt nämlich ne Fackel. Ja, siehste. Geil. Ist hier Cave Action? Ich glaub nicht. Mach bitte nicht so ein hochgebildetes Deutsch. Das versteh ich nicht. Hm? Mach nicht so ein hochgebildetes Deutsch. Alter, da war Englisch. Oder Englisch. Versteh ich nicht. Geil, ey. Boah, das sieht aus wie so'n Knast bei mir, ey. Huch. Gar nicht, gar nicht protzt sich die Villa hier. Ey, Q, was ist los? Da ist deine Arme. Hier sind immer noch zwei Obsidia-Blöcke im Wasser. Ja. So. Was ist hier jetzt eigentlich noch so? Oh. Was denn? Leder. Ach, ich bin neben deiner Hütte hochgekommen. Oh, hier liegen auch noch Äpfel rum. Den Rest freu ich nicht. Ich hatte irgendwo mal ne Höhle gemacht. Also gefunden. Und da guckte so Erde raus. So ein Pimmelchen. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich die überall hingemacht hab. Hä? Alter. Hä? Bei mir spackt halt richtig gerade. Ich kann nix mehr machen. Da kriegen wir uns zu regnen. Ja, das hat damit nix zu tun. Alter, ich kann keine Blöcke mehr aufnehmen. Ich kann nix mehr, kann nix mehr machen. Verhältst du das Spiel gerade auf? Ja, das Spiel läuft. Ey, das liegt aber nicht an meiner Internetfrequenz. Was? Ich kann nix mehr machen, Alter. Gar nix mehr. Nix mehr? Nein, guck hier. Hä? Was macht der denn da? Hast du irgendeine Tastzahn, die du nicht anhaben solltest? Ja, was denn? Weiß ich nicht. Oah. Nee, ich kann nix mehr machen, Alter. Wir müssen Aufnahme beenden. Eine Sekunde, eben. Ich kann nicht mehr weiterzaukeln. Geht nicht. Ich kann nix mehr bauen. Kann ich denn noch was abbauen? Eine Sekunde, warte. Sonst sterbe ich gleich wieder. Alter, willst du mich verarschen, oder was? Wie behindert ist das denn? Ich kann hier nix mehr machen. Ich komm sofort. Boah, toll, ey. Und das bei so einer Scheißzeit von 22 Minuten. So muss ich 8 Minuten hier rumpimmeln. Nur damit wir wieder einen vollen Part kriegen. Das ist auch kacke. Sollen wir jetzt eben vom Server gehen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Aber ich kann nix mehr bauen. Hm. Dann müssen wir eben runtergehen. Geht nix mehr. Boah, ist das behindert. Ehrlich, ey. Aber ich hab voll die Höhle gefunden. Ah. Ja, auf jeden Fall. Fakt hier. Ihm was richtig ab gerade. Geht... Aha. Was steht da? Mindestens ein extra Steuerelement konnte nicht angezeigt werden. Mögliche Ursachen. Sicherheitseinstellungen verhindern. Die Ausführungen, bla 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 bla. Ja, was sagt mir das jetzt bitte? Ich weiß es auch noch nicht. Und ich bin normalerweise voller Computerfreak. Ja, ich kann aber immer noch nix machen. Immer noch nix. Boah. Ja, was mach ich jetzt? Jetzt lausche ich hier blöd rum. Kann normalerweise nicht sein. Ja, ich... Geh aber nicht. Ist unmöglich. Ich kann nicht zocken. Scheiße, ey. Immer geht irgendetwas schief. Ne, normalerweise passiert halt nicht. Erst seitdem ich hier bin. Danke. Sag doch, dass meine 16.000er scheiße ist. Ja, die ist scheiße. Scheiß Telekom. Ja, manchmal stimme ich da aber auch zu. Ich finde das aber faszinierend, dass ich zum Beispiel Kisten öffnen kann. Alles mögliche. Ich kann ja auch einen Block hinsetzen. Den Block kann ich auch abbauen. Gar kein Problem. Aber wenn ich an eine Werkbank gehe, kann ich nix tun. Also sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Alter, ich habe eine Höhle gefunden. Total genial. Geht nicht. Hä, sag mal, was ist das denn jetzt? Jetzt bin ich mal der Glückspilz hier, ey. Was? Jetzt bin ich mal der Glückspilz, ey. Wieso? Weil ich voll viel Kohle gefunden habe und voll viel Eisen. Und hier ist nämlich schon wieder Eisen. Oh, meine Spitzhacke ist jetzt jede Sekunde kaputt. Boah, ist das behindert. Jetzt kann ich noch nicht mal in der Kiste was sortieren. Geht nicht. Ich kann halt nur in die Kiste rein. Boah, ich enthalte schon wieder. Boah. Boah. Nächstes Mal zocken wir auf jeden Fall nicht mehr im selben Raum. Ja. Ich kann halt nicht. Sag mal, willst du mich verarschen? Was ist das für eine behinderte Scheiße? Ich weiß es gerade auch nicht. Ich bin gerade auch ernsthaft am Rätseln. Boah, das läuft so gar nicht. Ich komme jetzt auch zurück zum Haus. Boah, das ist auch noch richtig krass am Ruckeln. Dann ist das irgendwas an deinem Pezilzen. Ne, das kann nicht. Minecraft, ne, das kann nicht. Boah. Boah, ist das scheiße. Ehrlich. Jetzt packt das Holz da da rein, Alter. Mann. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich bin gerade an deinem Haus. Ich komme mal zu dir. Naja, da steht ein Viech voller Tür. Aua. Aber mir braucht das aber auch gerade verdammt lange. Aua. Was das bei mir alleine zum Laden gerade braucht. Ja, dann komme ich jetzt nicht rein. Was zu laden. Guck mal. Warte. Mein Gott. Ich sag doch, hier stimmt was nicht. Ich würde sagen, wir sind jetzt zwar nicht gut auf dem Part eigentlich. Eigentlich ist das äh... Ich schneide eh nachher alle Videos zu Ende komplett. Wir hatten vorhin 35. Und jetzt? Ja, aber wenn wir die schneiden, weißt du. Wir können die ja nicht so schneiden, dass das dann das Opening mitten im Video ist. Nein, nein. Also da wo wir aufhören, da müssen wir dann auch... Da ist der Part dann auch zu Ende. Aua. Warte. Guck mal hier, guck mal. Warte. Da, hinten. Achso, die Welt meinst du. Ja, guck mal hier, ey. Ich kann nix, wenn ich an die Werkbank gehe. Kann ich kein Holz da reinziehen. Nix. Gehen wir nochmal neu aufs Server. Ja, da müssen wir mal eben, liebe Leute, mal eben kurz unterbrechen. Wir machen in zwei Minuten weiter. Ja, aber ähm... Tut uns sehr leid für dieses kleine technische Problem. Ja, mir auch. Naja, egal. Alles klar. Bis gleich, Leute. Tschö!